Die Bundestagswahl 1983 fand am 6. März 1983 statt. Die Wahl zum 10. Deutschen Bundestag war die erste Bundestagswahl nach der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler und brachte erstmals die Grünen in das Parlament. Siehe auch Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages Hintergrund. Bei der Bundestagswahl 1980 wurde die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt bestätigt. Im Laufe der Legislaturperiode traten immer mehr Differenzen zwischen den Regierungsparteien SPD und FDP auf, insbesondere zur Wirtschaftspolitik. Am 5. Februar 1982 stellte Bundeskanzler Schmidt die Vertrauensfrage, deren Ergebnis ihn im Amt bestätigte. Am 17. September traten die vier FDP-Minister zurück, es wurde eine neue Regierung durch ein SPD-Minderheitskabinett gebildet. Am 1. Oktober wurde Helmut Schmidt mit den Stimmen der Unionsparteien und einer Mehrheit der FDP-Abgeordneten vom Bundestag durch ein konstruktives Misstrauensvotum des Amtes enthoben und Helmut Kohl zu seinem Nachfolger gewählt. Für die FDP war dies eine Zerreißprobe. Da die Parteispitze um Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff einen Wechsel zur CDU-CSU langfristig betrieben hatte. Aber eine parteiinterne Minderheit um Gerhard Baum, Günther Verheugen und Ingrid Matthäus Mayer den Koalitionswechsel ablehnte. Auch waren die Ergebnisse der Landtagswahl in Hessen 1982, die zwei Wochen nach dem Ende der sozialliberalen Koalition stattfand. Kein gutes Omen für die FDP. Sie verlor nach einer SPD-Kampagne gegen den Verrat in Bonn mehr als die Hälfte ihrer Wähler und scheiterte mit 3,1% an der 5%-Hürde. Damit gab es zwar eine Bundesregierung, die auch eine Mehrheit im Bundestag hatte. Aber diese Regierung sollte durch eine vorgezogene Bundestagswahl legitimiert werden. Vorgezogene Wahlen sind laut Grundgesetz nur unter strengen Bedingungen möglich. Eine Möglichkeit, solche Wahlen zu ermöglichen, ist eine verlorene Vertrauensfrage, die dann am 17. Dezember von Helmut Kohl gestellt wurde. Bei dieser Vertrauensfrage erhielt er vereinbarungsgemäß keine Mehrheit. Daraufhin löste Bundespräsident Karl Carstens den Bundestag auf, es kam zu Neuwahlen. Das Bundesverfassungsgericht sah die Art und Weise der Auflösung als verfassungskonform an. Nachdem Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt auf eine erneute Kanzlerkandidatur verzichtet hatte, wurde der ehemalige Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel als Kanzlerkandidat der SPD aufgestellt. Für die CDU-CSU trat erstmals als Bundeskanzler Helmut Kohl an. Amtliches Endergebnis In Klammern Ein weiterer Berliner Bundestagsabgeordneter wurde von der Alternativenliste für Demokratie und Umweltschutz gestellt. Mit 48,8 Prozent erhielten CDU-CSU ihr bis heute zweitbestes Zweitstimmenergebnis bei einer Bundestagswahl. Ergebnisse in den Bundesländern Konsequenz Der schwarz-gelben Koalition war für die nächsten vier Jahre eine klare Mehrheit gesichert. Kohl bildete das Kabinett Kohl II. Mit den Grünen zog zum ersten Mal seit 1957 eine vierte Fraktion in den Bundestag ein. Die FDP, der vor allem Sozialdemokraten Verrat vorgeworfen hatten, erlitt zwar deutliche Verluste, konnte aber mit 7,0 Prozent der Zweitstimmen erneut in den Bundestag einziehen. Vor der Wahl war spekuliert worden, ob die FDP an der 5-Prozent-Hürde scheitern würde. Siehe auch Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages Liste der Bundestagswahlkreise 1980 bis 1983 Wende